Vorletzte Woche habe ich dir bereits den Anbieter Feature.fm als kostenlosen Service für Presave-Kampagnen vorgestellt. Dort ist die Erstellung durch ein bestimmtes Feature zwar extrem einfach, aber dafür geht es leider nur auf Spotify. Heute stelle ich dir eine Alternative dazu vor, mit der noch etwas mehr möglich ist. Also viel Spaß. Hi, ich bin Yannick von Artistit. Wir helfen MusikerInnen dabei, sich auf eigene Faust eine nachhaltige Karriere aufzubauen und mit ihrer Musik die Welt zu verändern. Deshalb findest du auf unserem Kanal Videos zu sämtlichen dafür relevanten Themen, viele praktische Tipps und echtes Insider-Wissen. Und es wird jede Woche mehr. Also, falls du es noch nicht getan hast, dann lass unbedingt ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Jetzt aber ab zum heutigen Thema. Vor zwei Wochen habe ich ja bereits angekündigt, dass ich noch ein separates Video zum Anbieter Push.fm machen werde. Das steht jetzt heute an. Push.fm ist nämlich aktuell einer meiner zwei Favoriten, wenn es um kostenlose Presave-Kampagnen geht. Zwar ist die Erstellung der Kampagne bei dem anderen Anbieter Feature.fm ein bisschen einfacher, aber bei Push.fm hast du dafür einen anderen großen Vorteil. Hier ist es nämlich möglich, eine Presave-Kampagne nicht nur für Spotify, sondern auch für Apple Music und Deezer zu erstellen. Es ist leider ein kleines bisschen umständlicher, aber trotzdem sehr gut zu wissen. Dann kannst du dir nämlich einfach den Anbieter aussuchen, der für dich am besten passt. Warum du eine Presave-Kampagne für jeden Song starten und was du hierbei beachten solltest, habe ich in dem letzten Video zu diesem Thema bereits angesprochen. Schau dir das deswegen gerne nochmal an, wenn du es noch nicht getan hast. Ich verlinke es dir hier oben. Jetzt lass uns aber anschauen, wie du eine Presave-Kampagne mit Push.fm erstellst. Lass uns jetzt anschauen, wie du mit Push.fm deine kostenlose Presave-Kampagne erstellen kannst. Dafür gehst du natürlich als allererstes mal auf Push.fm und klickst rechts oben auf Get Started. Hier erstellst du dir jetzt einfach einen Account und wenn du dich dann eingeloggt hast, sieht das Ganze bei dir ungefähr so aus. Um jetzt eine Presave-Kampagne zu erstellen, klickst du hier links oben einfach auf den Button Create New Campaign und dann natürlich auf Presave. Und dann geht es auch schon los. Als erstes gibst du den Titel ein von deinem Song oder deinem Release. Machen wir mal hier einfach als Beispiel Songtitel. Dann gegebenenfalls natürlich noch den Artist. Artist. Und dann hast du hier die Möglichkeit noch eine Custom Description, also eine Beschreibung hinzuzufügen. Wenn ich hier jetzt draufklicke und da mal irgendwie was reintippe, dann siehst du schon, das wird hier darunter eingefügt. Dort könntest du deinen Fans also irgendwie ein paar Infos oder eine Anweisung dazu einfügen. Musst du aber auch nicht machen. Ich lasse das hier jetzt erstmal einfach weg. Als nächstes kannst du die Presave-URL, also den Link anpassen. Hier würde ich einfach zum Beispiel Presave-Songtitel machen, da einfach natürlich das Ganze dann auf dich angepasst. Versuch das einfach so simpel und verständlich wie möglich zu halten. Dann geht es hier als nächstes zum Feature-Image. Das ist einfach das Cover von deinem Song, um das hinzuzufügen. Einfach auf Upload Feature-Image die Datei auswählen und quasi dein Artwork einfach hochladen. Und dann kannst du hier drunter noch auswählen, ob automatisch dann am Release-Tag aus deinem Presave-Link ein Fan-Link generiert werden soll. Das ist dann quasi ein normaler Smart-Link. Kannst du machen, musst du nicht, wie es dir lieber ist. Dann wären wir hier aber auf der Seite eigentlich auch schon fertig und ich klicke hier unten auf Next Step. Hier geht es jetzt als erstes mit dem Release-Datum los. Dann nimmst du dir hier als erstes mal das Release-Datum. Wir nehmen jetzt zum Beispiel mal den 1. Juli. Und hier daneben bei Release-Time, also dem Zeitpunkt, würde ich einfach 0 Uhr einstellen. Da kommt der Song ja dann raus. Als nächstes geht es hier darunter in dem Bereich um die Anbieter für deine Presave-Kampagne. Das ist ja der Vorteil von Push-FM gegenüber Feature-FM, welches ich dir ja schon vorgestellt habe. Hier kannst du nicht nur Spotify, sondern eben auch Deezer und Apple Music hinzufügen. Fangen wir mal mit Spotify an. Hier klickst du einfach auf Edit, wenn du das Ganze hinzufügen willst. Und jetzt brauchst du hier leider eben nicht wie bei Feature-FM nur den ISRC, sondern vorab den Link für deinen Song. Das musst du in der Regel leider bei deinem Vertrieb vorab anfragen. Einfach an den Support schreiben und in der Regel können die dir vorab auch schon diese Links zukommen lassen. Nur als kleiner Einwurf aus dem Schnitt. Du kannst dir diesen Link für Spotify auch vorab schon selbst organisieren, ohne deinen Vertrieb. Das geht relativ einfach über Spotify für Artists, aber halt leider nur für Spotify und es hat dazu noch einen entscheidenden Nachteil. Deswegen würde ich in diesem Fall einfach den gesammelten Weg über deinen Musikvertrieb gehen. Wie gesagt, für Deezer und Apple Music musst du dich da ja eh melden. Also würde ich das für Spotify auch so machen. Ich wollte das nur einmal kurz angesprochen haben. Sollte dann ungefähr so ausschauen, einfach der Standard-Spotify-Link, auf dem später dann dein Song erscheinen wird. Wenn du diesen Link dann hast, kannst du hier oben Spotify aktivieren und dann siehst du schon, dass der Button hinzugefügt wird. Das gleiche dann natürlich auch noch für Deezer und Apple Music. Und wenn du alle hast, werden hier diese Buttons angezeigt. Wie gesagt, wende dich da einfach rechtzeitig an deinen Vertrieb und schau, dass du diese Links vorab bekommst. Das sollte in der Regel kein Problem sein. Ich habe hier jetzt Deezer und Apple Music wieder deaktiviert, weil ich die Links noch nicht habe. Ansonsten würde eine Fehlermeldung kommen. Wenn du hiermit zufrieden bist und die verschiedenen Services eingestellt hast, dann klickst du unten wieder auf Next Step. Hier kannst du jetzt noch zum Beispiel Social Media Links dazu packen. Du siehst hier schon eine riesige Auswahl an verschiedenen Anbietern. Kannst du machen oder auch nicht, wie es dir lieber ist. Zum Beispiel, was machen wir? Instagram zum Beispiel. Dann wird hier unten noch ein Button angezeigt, wo die Leute draufklicken können. Kannst du machen. Musst du nicht. Ich mache das jetzt hier erstmal wieder weg. Aber ich würde dir das auf jeden Fall empfehlen. Dann haben die Leute nämlich die Möglichkeit, auch nach dem Pre-Saving noch auf deine Social Media Kanäle zum Beispiel zu schauen. Wenn du dann hiermit auch zufrieden bist, klickst du wieder auf Next Step, kannst dir das Ganze nochmal anschauen und deiner Kampagne einen Namen geben. Pre-Save Test zum Beispiel. Und dann klickst du rechts unten auf Launch Campaign. Jetzt hast du erfolgreich mit Push.fm deine persönliche Pre-Save Kampagne erstellt. Du siehst hier den Link. Den kannst du einfach kopieren, an deine Fans verschicken, bei Instagram hinzufügen etc. Und wenn ich hier jetzt einfach mal draufklicke, dann können wir uns das Ganze auch anschauen. So sieht das Ganze dann in dem Fall aus. Auf dem Handy funktioniert das natürlich genauso. Und hier wieder zurück im Dashboard. Natürlich siehst du hier daneben auch einmal, wie viele Leute diese Seite besucht haben und wie viele davon dann auch gepresaved haben. So viel aber jetzt erstmal hierzu. Viel Erfolg damit. Jetzt weißt du, wie du auch mit Push.fm eine kostenlose Pre-Save Kampagne erstellen kannst. Welcher Anbieter jetzt für deine Situation am besten passt, musst du natürlich für dich entscheiden. Ich denke aber, dass du sowohl mit Feature.fm als auch mit Push.fm eine super Wahl triffst. Wie gesagt, der eine ist ein bisschen simpler, dafür aber nur Spotify. Der andere, heute eben Push.fm, ist etwas komplizierter, aber trotzdem glaube ich auch sehr gut zu überblicken. Aber du hast dafür drei Anbieter zur Auswahl. Beides also eine super Wahl. Such dir einfach den aus, der für dich am besten passt. Ich bin wirklich sehr auf deine Meinung gespannt. Deshalb sag mir gerne mal in den Kommentaren Bescheid, welchen Anbieter du schon verwendest. Vielleicht wechselst du ja sogar oder welchen du in Zukunft verwenden wirst. Ich bin sehr gespannt, was in der Community so entsteht. Das war es jetzt aber wieder für das heutige Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn das so ist, dann lass gerne ein Like da. Das würde uns extrem helfen. Und falls du es noch nicht getan hast und nichts mehr verpassen willst, dann klick auch unbedingt auf Abonnieren. Jetzt aber erstmal vielen Dank für deinen Support und bis zum nächsten Mal. Deine Musik hat es verdient, gehört zu werden. Deine Musik hat es instantan lane.